Ja auch schon sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So was braucht sie. Och nein, na gut. Können wir das machen mit dem Morgen? Weil das, ehrlich gesagt, schaffe ich nicht mehr. Wir müssen ja auch mal weiter vorankommen. Natürlich kann man sagen, ich mache alles falsch. Ich hätte damit warten sollen. Aber naja, egal. So. Gleich kommt der kleine Miniboss. Oh, alter, alter. Geil, geil, das hat geklappt diesmal. Oh nice. Oh, krass wäre, wenn er noch Schaden geben würde. Oh, das wäre nice. So. Wie viel haben wir eigentlich heute schon gemacht? Oh, boah, wir haben aber heute schon viele Skills gelöst, aktiviert. Aber guck mal an, das ist so das Levelgebiet jetzt, ne? 100 Level 105. Also in dem Tempel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube man kann hier auch farmen oder so, also jedes Mal, dass man hier irgendwie so ein kleines Bossmonster bekämpfen kann. Wäre auf jeden Fall mega nice, wenn das so wäre. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Verdammt machen die viel Schaden, ey. Ah, es macht Spaß, also ich finde es cool immer, wenn man was Neues erlebt, ne? Denn es ist für ein Neuland halt, wie Marmelke sagte. Und, ja. Und die habe ich noch gar nicht so bekämpft, glaube ich. Verdammt, ne, ich wollte das machen. Oh, einer hat es geschafft, einer hat es hingekriegt, sehr gut. Ich wüsste gerne, ähm, wie viel Cooldown dieser eine Steinmeister oder so hat. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Und ob da auch Karten droppt. Also ich wüsste es jetzt nicht, ob der jetzt wirklich was droppt, aber wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich will mal das machen. Schade, 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 schade. Zwingen ist ja mega unnötig, das, gell? Gut, sind wir fertig hier, sehr gut. Oh, das wäre gut, wenn wir hier 70% mal voll machen würden. Nice. Verdammt. Boah, ich habe nur so viel. So, wartet mal. Wir müssen jetzt hier noch was zerstören oder wegwerfen, wie auch immer. So, passt mal auf. Sandiegel und Tschüss. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Dann nehme ich lieber die Pfeile mit. Ohrge, haben wir noch genug. Ach, Hronen von Alvestor brauche ich auch nicht. Dann nehme ich lieber, wie gesagt, den Eindrop. Den Bogen brauchen wir noch. Ohrge, die Hronen von Alvestor brauche ich auch den Bogen. Oh, die Hörner droppen ja. Nice, 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 nice. So, ich gucke, ob sie Schaden erleidet. Bin ich auf jeden Fall wieder da bei ihr. Ja, ich bin jetzt sofort wieder gleich da. Weil irgendwann wir spawnen hier auch, ne? Ihr wisst es ja. So, also ich habe es jetzt versucht. Sagen wir es mal so. Ich habe es versucht. Oh, hier sind auch noch schwarze Schatten. Interessant. Schattenmeister, okay. Da ist der Bogen. Sehr gut. Krass, 200% haben wir fertig. Och, Gottes Willen, ist das doll. Nee, da nicht. So, ein Fall noch. So, 68% ist in Ordnung. Warum hat er es nicht angezeigt mit einem Pfeil? Was ist denn da los? Jetzt sind wir aber fertig. Sehr gut. So. Sind wir wirklich fertig? Soll ich nur noch auf... Ja, sind wir wirklich fertig? Schatten brauchen wir noch. Ja, das wird natürlich ein bisschen knifflig. Ich muss mal überlegen, ob wir das wirklich machen noch. Oh, Bogen brauchen wir noch. Scheiß drauf. Das trifft sich ganz gut, dass wir die brauchen. Oder dass sie hier sind. Na los, komm, 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 komm. Oh, eine neue Karte ist sehr nice. Zack. Schade, nichts dabei. Okay. 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 So. Liebender Steinbogen. Oh, nö. Liebender Steinbogen. Warum brauchen... Warum kann ich die nicht nehmen? Was ist das denn? Naja, egal. Oh, 200 Stücke. Die sind doch bekloppt. Oh, mein Gott. Yes. Meiertitel. Nice, nice, nice. Steinforscher. Aha. Hätten 100 nicht gereicht. Oh, Mann. Egal. So, legender Steinbogen. Das gibt's ja gar nicht. Boah, 200 ist aber echt hart. Aber da weiß ich ja nicht, ob ich das unbedingt noch mache heute. Ich brauche auf jeden Fall die Böden. Ich brauche auf jeden Fall die Böden. Und jetzt. Sehr gut. Also die Charakter... Also die Mobs gefallen mir echt gut. Also die Idee dahinter finde ich geil. Obwohl doch, das geht echt easy eigentlich, ne? Ähm... Und denen... Aber wir müssten jetzt, glaube ich, ziehvoll haben. Ähm... Glaube ich, sehr stark. Ach, Mädel. Das ist zwar unnötig gesetzt, aber egal. Ist ja nicht so schlimm. Oh, jetzt droppen die wieder mal nicht. Toll. Dankeschön. Was ist denn das? Oh, sehr nice. Vier, fünf, sechs. Oh, krass. Warte mal. Ähm, hallo? Kann man jemanden die mal... Warte mal. Irgendwie brauchen wir die noch? Ach komm, Adele, hau ich weg. Alles klar, naja. Egal. Vielleicht brauche ich... Ach komm, nehmen wir die Sicherheit, wenn man wird. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die ja noch. Oh, das gibt's nicht. Die ist bestimmt fertig damit. Deswegen droppen die so blöd. Aber ist ja nicht so schlimm. Ey, die droppen ja gar nicht. Rosarium. Oh, verdammt. Ich hab alles falsch gemacht. Gut, Schande über mich. Ihr dürft über mich lästern. Oder wütend sein, dass ich das falsch gemacht habe. Ich seh's ja selbst ein. Ähm, Böden kriegen wir jetzt gar nicht mehr. Was mega assi ist. Vorne hat das einmal, ne? Und dann... Vielleicht muss ich die alleine machen. Oder so. Weiß ich's ja auch nicht. Leute, Leute. Gut, sieht so aus, als ob wir die 150 Stück machen werden. Lach nur, lach nur, lach nur. Ach, lieben, der Stein heißen die. Mhm. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Gerade blöd, finde ich, die Situation. Wie schön. Also sonst, äh, relogge ich mal kurz. Weil das kann ja nicht sein. Hoffentlich geht das auch. Na komm. Und es hat geklappt. Sehr gut. So, zack, nochmal online. Und mal gucken, ob es diesmal klappt mit dem Drop. Pass auf, das wird gleich klappen. Pass auf. Ich bin zuversichtlich, das wird gleich klappen. Ansonsten ist das echt komisch. Was ist denn das? Äh, ihr seht's ja, ne? Also, die droppen echt miserabel gerade. Oh, ein Schild. Sehr nice. Ein Schild nehme ich gerne. Ich muss schön wissen. Ich bin noch schild im Lied. Vielen Dank.